Herzlich willkommen zum Talk von Mela Eckenfels. Es geht um Informationen bewerten in Pandemiezeiten. Der Talk ist etwas länger als er ursprünglich aufgelistet wurde. Er dauert ungefähr 68 Minuten. Nur schon mal vorweg, damit ihr Bescheid wisst. In dem Talk geht es um Falschinformationen. Wie kann es sein, dass aus drei verschiedenen Quellen ganz unterschiedliche Informationen kommen? Wie schafft man es, sich da seine Informationen richtig rauszuholen? Mela Eckenfels beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema der Desinformation. Sie arbeitet als freie Autorin und Journalistin. Es gibt eine Content Warning. Es geht im Vortrag kurz um sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch. Der Fall Julian Reichelt wird erwähnt. Wenn der Talk vorbei ist, gibt es noch ein Q&A in einem Big Blue Button Raum und zwar auf ADA. Da wird noch mal ein Link erscheinen, nur damit ihr euch schon mal darauf einstellen könnt, dass es noch ein Q&A gibt und einen Link dazu. Während des Vortrages könnt ihr aber auch schon Fragen stellen auf Twitter und auf Mastodon auf dem Hexen- bzw. Hexen-C-Account. Dann wünsche ich euch jetzt eine interessante Zeit und viel Spaß beim Talk mit Mela Eckenfels. Hallo, willkommen zum Workshop oder zum Vortrag Information bewerten in Zeiten der Pandemie. Mein Name ist Mela Eckenfels. Ich bin hauptberuflich Autorin und Journalistin. Ich mache sehr viel im Bereich Pseudomedizin, Pseudowissenschaften. Das heißt, ich gehe auch relativ häufig in mir ansehen, was für Falschnachrichten unterwegs sind, wie sie aufgebaut sind, wie sie verargumentiert werden etc. Ich habe auch Geschichte studiert und fand das relativ nützlich im Sinne von verschiedenen Techniken der Desinformation zu erkennen. Ich finde, das erkennt man leichter, wenn man sie so ein bisschen durch die Zeiten analysiert hat und ja, musste er wieder erkennen. jetzt bin ich rausgekommen. Ja, jedenfalls von dieser Position aus möchte ich versuchen, so ein bisschen erklären, wie ich selbst vorgehe, wenn ich Informationen bewerte, also wenn ich die zu viel von Informationen bewerte. Ich möchte gleich vorweg schieben. Fehler macht man immer. Also das ist, dass man auf irgendeine falsche Information aufsitzt. Das passiert leider jedem. Das passiert auch noch mir, auch wenn ich da denke, relativ gut im Training bin. Aber es gibt einfach so ein paar Gedanken, die man sich machen kann, eine innere Checkliste, die man sich anlegen kann, um da ein bisschen sicherer drin zu werden. Gut. Und ich möchte erstmal ein paar Grundannahmen, mit denen ich an eine Bewertung rangehe, stellen, beziehungsweise auch, wo deren Limitationen sind. Generell nachzudenken zu Wahrheiten und sofern. Und ich würde jetzt auch erstmal jeden, der hauptberuflich Journalismus betreibt, unterstellen, dass er die Wahrheit berichten will. Aber die Wahrheit ist natürlich immer auch eine Sache des Blickwinkels. Jedenfalls gehe ich nicht von vornherein davon aus, dass mich ein anderer Mensch, mit Ausnahmen natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Was aber viel häufiger ist, als dass jemand tatsächlich lügen will, bewusst Dinge verzerrt darstellt, sind Fehler. Fehler passieren auch im Journalismus extrem häufig. Einfach auch gerade im Tagesjournalismus, weil dort die Nachrichten so schnell durchrauschen und einfach schnell reagiert werden muss. Von daher, bevor ich jemandem unterstelle, das ist jetzt Absicht, Handlenz-Raiser, meistens sind halt geschicke Fehler in Kosten. Aber wenn ich eine wirklich effektive Lüge habe, dann vermischt sich dann meistens Realität mit Lüge. Also wenn ich wirklich sehr plakativ lüge, dann ist das meistens nicht glaubhaft. Aber wenn ich einen Teil der Realität nehme, dort einfach etwas weglasse, ist das meistens eine stabile Lüge. Aber auch nicht jedes unabsichtliche Weglassen ist automatisch eine Lüge. Das Problem ist halt sehr häufig, dass Menschen nach Autoritätsfiguren oder nach Experten suchen, die sehr einfache Antworten geben, die definitive Antworten geben, selbst wenn die Situation noch nicht geeignet dafür ist, dass man Antworten geben kann. Ein Beispiel wäre beispielsweise Hendrik Streeck, der relativ früh in der Bandera, das wird wahrscheinlich nur so entwickelt wie eine Grippe. Dann hat er gesagt, naja, das sind wahrscheinlicherweise in ein paar Wochen ist das wieder vorbei. Diese Sicherheit, die kam von anderen Experten halt nicht. Die anderen Experten haben gesagt, wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. Wir wissen nicht, ob das ernst wird. Wir wissen gar nichts. Im Moment wissen wir nur, dass wir halt einfach vorsichtig sein müssen und erstmal Vorsichtsmaßnahmen auch durchfinden sollten. Diese Sicherheit haben Leute aber halt besucht. Deswegen wurde dem, der sie vermittelt hat, zugehört. In meiner inneren Checkliste frage ich mich natürlich als eines, das ist immer die erste Frage, woher kommt die Information eigentlich? Und dann gehe ich vor von innen nach außen. Bin ich nah oder bin ich weiter weg von der Quelle? Das heißt, habe ich eine Quelle, ich kriege meine Daten vom Koch-Institut, das war jetzt im Sinne der Pandemie, oder ich kriege meine Daten direkt von Wissenschaftlern, wenn dort ein Paper veröffentlicht wurde. Oder bekomme ich meine Informationen halt aus den klassischen Nachrichten, bekomme ich sie aus eher unterhaltenden Medien, wie Frauenzeitschriften beispielsweise. Oder sind halt unsichere Quellen Social-Media-Influencer. Da kann man jetzt beispielsweise nicht sagen, die sind alle unzuverlässig oder die sind alle zuverlässig. Da hat wirklich jede Quelle einzeln genau anschauen, mit wem zu tun, wie zuverlässig ist er. Auch so ein bisschen das Backlog anschauen. Kann man dieser Person trauen oder nicht? Aber generell muss ich erstmal davon ausgehen, Informationen aus Social Media relativ unsicher sind. Was sehr unsicher ist, ist natürlich immer der Buschfunk. Gut, er erzählt aber am Telefon, ja, die Frau sowieso, die hat jetzt, der ist nach der Impfung ein zweiter Kopf gewachsen. Das ist halt erstmal so, Hörensagen. Da muss ich schon ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn die Person, von der ich dieses Hörensagen berichtet bekomme, eigentlich jemand ist aus meinem Ehrenumfeld. Dann habe ich natürlich auch noch routinemäßig entstellende Quellen. Und das sind Quellen, die von vornherein werden, wie Quellen, die dazu dienen, Stimmung zu machen. So. Sind die klassischen Medien wirklich vertrauenswürdiger? Das ist natürlich eine Frage, die im Moment immer gestellt wird. Wenn man auch in eine Diskussion jetzt ist mit Impfgegnern etc., kommt man direkt, ja, erklärt, ob die Medien ist. Und dort ist halt, deren Ansicht ist quasi alles, was aus den Mainstream-Medien kommt, war schlecht. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass klassische Medien vollkommen unabhängig sind. Das sind sie nicht. Aber dieses Verschwörungsdenken, dass immer alles in der automatischen Erst davon ausgehe, alles, was von dort kommt, ist schlecht, wenn ich mir dann angucke, was sie überhaupt sagen. Das ist halt dieses klassische einseitige Verschwörungsdenken, das nicht wirklich kritisch ist, sondern Kritzdenken auf eigentlich immer dagegen herunterbricht. So. Qualität wird auch immer behauptet, ja, Journalisten sollen neutral sein. Kein Journalist kann neutral sein. Jeder Journalist, der für sich in Anspruch nimmt, ich bin neutral, belügt sich selbst. Weil wir sind alle ein Produkt unserer Vergangenheit, unseres Lebens, unserer Lebenserfahrung, unserer Einstellung. Die können wir nicht abschalten. Und wenn wir unsere Lebenserfahrung als automatisch neutral annehmen, weil sie für uns natürlich die natürliche Erfahrung ist, macht uns das sehr anfällig für unsere eigenen Vorurteile. Ich muss dann, wenn ich einbinden will, immer im Hinterkopf, wie ist die generelle Ausrichtung und da war es dann halt einfach, ja, die FAZ ist eher konservativ, die Taz ist eher mal. Die Welt möchte vor allem viele Klicks zum Augenblick, etc. Was dieser Medien lügt als Hauptberuf oder als geht, also keiner von denen steht morgens auf und sagt, heute belüge ich meine Leser. Aber sie haben natürlich eine gewisse Sichtweise. Themen werden aus einem anderen Blickwinkel berichtet, mit einer anderen Einstellung berichtet und was man nie vergessen darf, was einen sehr großen Teil dessen ausmacht, wie Medien den Diskurs beeinflussen, was wird weggelassen. Also welcher Blickwinkel bekommt einfach keine Redezeit. Was ich auch sehr häufig beobachte, ist, dass der Nachrichtenwert von vielen Menschen nicht so richtig gut verstanden wird. Ich glaube zwar hier eher so ein bisschen Bridging to Converted mache, aber ich möchte trotzdem mal kurz darauf eingehen, weil halt einfach immer wieder Leute fragen, ja, warum wird da nicht berichtet? Was etwas ist, das die persönlich jetzt in dem Moment als sehr wichtig empfinden? Häufig natürlich, warum wird ich über Verbrechen mit Ausländern berichtet? Warum ist denn irgendwo ein Verbrechen von einem Ausländer passiert? Warum ist das nicht in der Tagesschau, weil es da nichts zu suchen hat? Aber sie empfinden das halt so als wichtig, dass nicht den oder auch nicht den Wollen, wie jetzt eine Redaktion von einem großen Medium, für sich die Nachricht definiert. Und da ist einfach, wenn etwas, also da gibt es relativ, ähm, ja, relativ starren Rahmen, also kein, nicht starr ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber, ähm, es gibt einen Rahmen, der einfach besagt beispielsweise, wenn etwas in Berlin passiert, ist es schon mal wichtiger, als wenn etwas in Mainz passiert. Ähm, wenn es so und so viele Menschen betrifft, dann ist es wichtiger, als wenn es nur drei Menschen betrifft. Wenn es, äh, beispielsweise ich habe einen Unfall irgendwo auf Mallorca, würde erst mal hier nicht in den Nachrichten kommen. Wenn es jetzt ein Unfall ist, beispielsweise dort ist ein Reisebus auf Mallorca über die Klippe gefahren, könnte das in der Tagesschau kommen, beispielsweise mindestens die Hälfte der, äh, mit Fahrer, Deutsche gewesen sind. Weil dadurch ist man, an uns herrann, also muss man halt schon sagen, das ist immer so ein bisschen, sagt auch etwas über uns aus, wie der Nachricht wert, äh, wird, über uns als, als Gesellschaft, als Kultur, weil da orientieren sich halt die Nachrichtenmedien. Also von daher, ähm, wenn etwas, wenn wir sehr wenig hören, äh, was einfach an, äh, Dingen immer wieder in, in anderen Ländern passieren, dann, weil halt genau hier der Nachrichtenwert ist, nicht hoch genug für große Medien definiert wird. Und ja, das ist mit Sicherheit nicht immer schön, aber man muss natürlich auch aus, auswählen. Jedes Medium hat nur eine gewisse Bandbreite. Von daher, ähm, verzerrt der Nachrichtenwert, was passiert, aber er muss natürlich halt einfach anhand einer bestimmten Kategorie die Zeit, die dort ist, sinnvoll vergeben. Ja, und das ist halt häufig nicht das, was man selbst so wichtig empfinden würde. Der große Unterschied zwischen Mainstream und dem, was sich jetzt halt auch so an, ähm, angeblich alternativen Medien gebildet hat, sind einfach bei, äh, klassischen Medien, Standards und Gleichlinien sind bekannt. Es gibt einen Pressekodeck, gibt einen Berufsethos, an dem orientieren sich die meisten Journalisten. Das heißt dort, es steht eigentlich jeder morgens mit dem Gedanken auf, ich möchte gute Arbeit leisten. Und niemand möchte belügen oder, ähm, ja, für, äh, auch eine Redaktion arbeiten, die das routinemäßig tut. Auch da gibt es natürlich Ausnahmen und auch da gibt es Vorkommnisse, die einfach nicht sein sollten. Ja. Dann, äh, auch die meisten Journalistenverbände beispielsweise, ich bin bei den Freischreibern, äh, organisiert, die fordernde Selbstverpflichtung, dort muss natürlich, äh, so. Weil schon, ja, Kommunikatoren sind auch sehr häufig nicht die Honorare bekommen, die jetzt unbedingt, äh, einen Menschen, ähm, ja, ernähren. Ähm, jetzt hab ich mich hier. Ähm, haben viele Journalisten beispielsweise auch noch nebenbei, äh, Jobs muss PR machen und beispielsweise die Freischreiber, äh, dort ist halt die Selbstverpflichtung, dass man PR-Arbeit und, äh, journalistische Arbeit wirklich streng trennt und das auf keinen Fall vermischt. Also absolut nicht, äh, in Ordnung wäre es, werbende, äh, Artikel zu schreiben und das nicht deutlich, also auch zu kennzeichnen. Und, also solche, also Berufsethos fordern eigentlich die meisten und ich denke, die Mehrheit, ja, hat da auch einfach den Anspruch an sich selbst, entsprechend gute Arbeit zu leisten. Ähm, da gibt es natürlich Grenzen und, ähm, natürlich auch immer wirtschaftliche Abhängigkeiten, ähm, gerade für freie Journalisten ist es natürlich, ja, ja, immer ein bisschen schwierig, weil man mehr Auftraggeber braucht und sich auch nicht unbedingt so super erlauben kann, einen zu verlieren. Dafür sind natürlich, ähm, Journalisten, die festangestellt sind, viel stärker in Redaktionen und in interner Politik, äh, äh, verbunden, äh, hat, also ohne Zwänge ist, ist der Beruf natürlich nie. Ähm, es gibt im Allgemeinen brancheninterne Kontroll- und, äh, Korrekturmechanismen, ist in Deutschland leider nicht so ausgeprägt, wie es sein könnte. Äh, wir haben beispielsweise nicht die Fact-Checking-Kultur, die andere Länder haben. Beispielsweise, äh, was die New York Times macht, äh, wo einfach das Fact-Checking, äh, äh, sehr, ein, ein Teil, äh, der, äh, des Produktionszykluses ist, der sehr religiös, äh, quasi verfolgt wird. Das haben wir hier in dieser Form leider nicht. So. Es gibt auch immer eine Wechselwirkung zwischen Medien und Politik. Also gerade Politikjournalisten kennen natürlich auch Politiker. Man tut sich gegenseitig nicht gerne so weh, weil man ist ja auch auf sich angewiesen, also die einen sind darauf angewiesen, dass sie halt einfach den Zugang zur Presse haben, die Presse ist darauf angewiesen, dass sie den Zugang zu Informationen hat. Und, ähm, wenn man sich ein bisschen so gut kennt, dann, äh, ja, ist vielleicht nicht immer so, dass Nachfragen, das man sich wünschen würde, jetzt auch als, als Person, die, äh, im Endeffekt die Informationen dann bekommt. Das, ähm, ja, also wie gesagt, die Wechselwirkung gibt es, dass dort definitiv, äh, aber beeinflusst wird, was geschrieben wird oder so, ist im Allgemeinen nicht der Fall, äh, indirekt dadurch, wer bekommt überhaupt Zugang, äh, wird das dann eher schon mal beeinflusst. Ähm, ähm, beispielsweise, äh, eine ehemaliges Herrscherhaus, äh, äh, aus Baden, ähm, sind beispielsweise sehr, äh, wählerisch dabei, welcher Historiker überhaupt an die Quellen der Familie ran darf, er überhaupt über die Geschichte schreiben darf, äh, da wählt man schon mal ganz gerne aus, dass dann nicht irgendwas berichtet wird, dass dann hinterher nicht so, ja, ja, schmeichelhaft sein könnte. Sowas ist, äh, jetzt noch nicht, nicht aus der Tagespolitik gegriffen, aber auch sowas ist natürlich eigentlich sehr problematisch. So, dann hat man natürlich auch eine Wechselwirkung zwischen den anderen Medien, weil auch dort natürlich, äh, Journalisten, die bei einer Zeitung anfangen, weggenommen zu anderen Zeitungen, äh, auf andere, äh, Positionen, ähm, es ist im Prinzip ein, ein großes Biotop, ähm, wo man sich auch gegenseitig nicht immer so kritisch gegenübersteht, wie es sein könnte. Ähm, als Beispiel habe ich hier gebracht, das ist relativ, äh, erst vor kurzem passiert, dort wurde ein, äh, langes, investiert, eine lange investigative Recherche über Julian Reichelt und, äh, seine Führungsstil bei BILD, beziehungsweise seine Vermischung mit, äh, sexuellen, ja, mit, einfach mit Beziehungen und, äh, Frauen, die dann entsprechend gefördert oder entsprechend behindert werden und, äh, ein sehr ungutes Gesamtklima. Äh, äh, diese Berichterstattung wurde von, äh, dem Verleger gekippt, also das, aber da hat man dann auch gesehen, dass es eigentlich, dass hier eine große rote Linie überschritten wurde, weil, dass der Verleger in redaktionelle Arbeit eingreift, ist selten. Und, äh, äh, hier haben sich die Mitarbeiter auch entsprechend öffentlich dann sogar gewährt und, aber auch das ist wahrscheinlich selten, ja, äh, äh, öffentlich-rechtlichen Medien wird ja derzeit häufig vorgeworfen, dass es Staatsmedien sind, dass sie nur berichten, was die Regierung will, ähm, äh, hier gibt es natürlich einen indirekten politischen Einfluss, einfach dadurch, dass, ähm, die politischen Parteien ja auch in den Rundfunkräten mitsitzen und auch bei der Besetzung der, äh, jeweiligen Positionen in den, äh, ja, den einzelnen Anstalten mit Einfluss ausüben. Ähm, aber das ist dann meistens auch schon alles, ähm, dass ein direkter Einfluss auf das Tagesgeschehen wird, ist eigentlich selten, merkt man ja auch daran, es werden, äh, ja, Kamerasendungen, die ja häufig auch sogar investigative Recherche preisgeben, äh, werden ausgestrahlt, ähm, es gab ja auch immer mal wieder Vorfälle, wo dann irgendwelche Humorsendungen, äh, dann in Bayern nicht ausgestrahlt wurden, weil, äh, da wollte man das dann, da fühlte man sich dann zu sehr verschaukelt, das wollte man dann nicht. Also da, da wurde dann schon politischer Einfluss ausgeübt, aber nicht darauf, dass es überhaupt ausgestrahlt werden darf, nur man hat dann halt quasi in Bayern so ein Ding rumgezogen, ähm, ja, dann gab es, gab es ja noch andere, äh, Vorfälle, wie beispielsweise die, die, ähm, Oma im Hühnerstall, äh, wo nachdem es einen Rechtsradikalen, äh, ziemlich rechten Aufstand gab, wo dann halt auch das Video, glaube ich, gelöscht wurde, und, ja, also solche, es gibt schon mal immer wieder Einflussnahmen, aber dass jetzt halt wirklich von oben bestimmt wird, so das und das wird gesendet, dort sind wir natürlich nicht, aber man muss, muss im Hintergrund, man muss im Hinterkopf behalten, welche Einflüsse wirken und entsprechend halt auch einfach werden, was von öffentlich-rechtlichen Medien ausgestrahlt wird, ähm. Ähm, private Medienunternehmen sind theoretisch politisch unabhängig, ja. In der Realität, ähm, stehen dahinter häufiger Leute, die einfach über ihre Beteiligungen, also die sie entweder in Medien eingekauft haben oder die halt durch ihre Medienmacht angefangen haben, politischen Einfluss auszuüben, weil, wie gesagt, wir haben ja diese Wechselwirkung auch, und zwischen, zwischen Medien und Politik, und wir haben halt dann einfach auch Leute, die haben eine unfassbar große Reichweite und können damit, ähm, Themen setzen, gesellschaftlich, ähm, medial. Von daher, ähm, beispielsweise weiß man ja, bei Sat.1, äh, das ist ein Relativ, also hinter diesem Sender steht schon relativ, äh, christlich, eine christliche Ideologie oder eine, ja. Und, äh, Springer möchte Politik machen, also die möchten, glaube ich, inzwischen eher Politik machen, als dass sie noch schon machen wollen. Und was da natürlich auch dazu kommt, äh, private Medienunternehmer sind einfach abhängig von Werbekunden. Auch das spielt nicht immer eine Rolle. Beispielsweise, ich habe, äh, lange fürs Lebensmagazin geschrieben, und dort hat mehrere Mal, äh, äh, ein Test, äh, Artikel über den Test eines, von, von, äh, vier verschiedenen Tools. Und dort fragte dann der Redakteur, äh, meine Redakteurin, warum denn ein Tool nicht mit bedacht worden sei, weil das ja, ähm, ein Anzeigenkunde vom Linux-Fagazin sei. Und dann habe ich aber zusammen halt mit meiner Redakteurin, wir haben begründet, warum dieses Tool nicht bedacht worden ist. Und dann war das auch kein Teil dieses Artikels. Also, da war natürlich auf der einen Seite schon von der wirtschaftlichen Seite her, also nach dem Motto, die müssen wir doch mit bedenken. Aber wir konnten halt schon noch die sachliche, fachliche Seite durchsetzen, warum das jetzt einfach dort nicht relevant war für diesen Artikel. Aber man sieht jedenfalls, also da gibt es dann halt auch hinter den Kulissen immer schon, ähm, Abwägungen, kann man, kann man das berichten. Und man muss einfach auch sehen, dass Verleger vielleicht schon mal, äh, Berichte, die den Anzeigenkunden schlecht darstellen lassen, eher nicht bringt. Also routinemäßig entstellende Medien, dort werden auch Fakten berichtet, aber diese Fakten werden halt immer in einen bestimmten Kontext gesetzt und nur, äh, also nicht außerhalb dieses, dieses Kontexts, äh, interpretiert. Und es wird sehr stark auch dadurch, äh, gewichtet, was lasse ich weg. Beispielsweise, ähm, könnte ich einen Blog haben, das, äh, ausschließlich über, äh, Straftaten berichtet, die von Ausländern begangen werden. Und dann fange ich natürlich auch an, ähm, das Bild zu formen, Ausländer sind absolut, ähm, ja, kriminell. Weil ich das auch nicht, äh, durch Straftaten von, von deutschen Gewichte, also weil ich das natürlich auch nicht ausgleiche. Ähm, so dieser, dieser Meinungsorridor, der bewirkt etwas mit Menschen, wenn man regelmäßig nur diese routinemäßig entstellten, äh, Medien liest. Beispielsweise, dass Leute berichtet haben, äh, ihre Eltern, wie die sich über die Jahre verändert haben, wenn sie Fox News als ihre hauptsächliche, äh, Informationsquelle genutzt haben. Äh, wo dann halt auch sich deren Denken immer wieder auf diesen, diesen sehr engen Meinungskorridor, äh, mit der Zeit verengt hat. Und sie, äh, die Welt einfach auch nur noch durch, durch diesen, diesen Filter dieser sehr engen Definition, dieser engen Weltsicht wahrgenommen haben. Ähm, ähm, und wie gesagt, jeder, alle Fakten, die dort berichtet werden, wenn halt immer in den, den Kontext dieses Mediums gesetzt, der halt sehr häufig, äh, Verschwörungsdenken als Grundlage hat und immer davon ausgeht, die Gegenseite will etwas Böses. Also, das ist quasi das, die Grundlage von Verschwörungsdenken, äh, alles, was von dort kommt, ist schlecht. Und dann werden Begründungen gesucht, warum oder wie dort gerade versucht wird, zu manipulieren. Also, es ist, es wird von ausgegangen, die Manipulation ist immer da. Und erst danach wird, 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 wird nach Beweisen dafür gesucht. Die ganzen Medien, sehr, sehr selten, äh, recherchieren die selbst. Also, von, von dort wird nie irgendwas, ähm, kommen, wie beispielsweise die, äh, die, äh, Cum-Ex-Rechergen oder dort wird Wirecard nicht aufgedeckt werden. Das machen diese Medien nicht. Die greifen tatsächlich hauptsächlich aus den Informationen, auf Informationen zurück, die sich selbst aus Medien beziehen und entstellen sie dann, also setzen sie dann in den Kontext des eigenen Mediums. Ähm, sehr häufig, also das Einzige, was sie dann noch selbst dazu tun, ist halt häufig Gerüchte. Ähm, woran man auch sehr gut merkt, dass man halt ein Medium vor sich hat, das, äh, routinemisch entstellend ist, ist, wenn es nachher tief gerne mal wechselt, so nach dem Motto, ich hab jetzt halt einfach, äh, die Silvesternacht in Köln, wo, ja, von, äh, sexuellen Übergriffen berichtet wurde. Und da wurden, das wurde ja auf allen, äh, rechten Blogs und allen rechten Medien, ja, äh, hochgejubelt bis zum Gehtnichtmehr. Und, äh, wenn dann aber halt, äh, relativ Zeitnot dazu fand, ähm, einen, gab's das, warum ich nichts gesagt habe, auf Twitter. Und darüber wurde dann auch berichtet, aber halt ganz anders. Dort war dann das Narrativ, ja, die Frauen sind ja alle selber schuld und, äh, sind wahrscheinlich nur falsche Anschuldigungen. Also wenn, wie gesagt, wenn die Täter, wenn man davon ausgeht, die Täter sind Ausländer, dann die armen Frauen, wir müssen uns Frauen schützen, wenn man davon ausgeht, die Täter sind Deutsche, ja, wahrscheinlicherweise ist das nur eine falsche Anschuldigung. Und dann erkennt man auch relativ gut, ob man ein Medium vor sich hat, das in seiner, äh, Deutung eines Sachverhalts, hier in dem Fall natürlich sexueller Gewalt, konsistent ist oder eben nicht. Ja, dann habe ich mal kurz, äh, einfach mal so, Journalist versus ein Journalist. Journalisten wollen informieren, halten sich an Fakten und auch hier, also, komme ich sehr häufig mit, das Einforderwerk sehr häufig mit der Annahme oder der Anforderung konfrontiert. Ähm, Journalisten müssen neutral sein, Journalisten sollen nur Fakten richten, Journalisten müssen neutral sein, beides, nein. Neutralität, ich habe es vorhin erwähnt, ist nicht möglich. Wenn ich nur Fakten wiedergeben würde, dann könnte man da auch einen Roboter hinsetzen, der kann das viel besser. Was Journalisten tun, sind, sie synthetisieren und sie ordnen ein. Das heißt, ich habe einen Fakt und als Journalist ordne ich den für meine Leser ein, was bedeutet dieser Fakt beispielsweise für Erna, 60, zwei Kinder und ein kleines Häuschen am Stadtrand. Das versuche ich als Journalist, dass wir, wie gesagt, Fakten nehmen, um zu erklären, was bedeuten sie für Menschen, was ist wichtig daran. Oder in welchem Kontext steht dieses Ereignis, in welchem Kontext steht diese Information. Journalisten vermeiden auch Begriffe, die Sicherheit, die absolute Sicherheit transportieren. Sie versuchen, Unsicherheiten zu kommunizieren. Sie versuchen nicht, die allgemeingültige Wahrheit zu haben, sondern zu sagen, an diesem Punkt wissen wir es noch nicht. Denn Journalisten, die auch für, sag ich mal, routinemäßig anstellende Medien arbeiten, die wollen einfach überzeugen. Da ist nicht in erster Linie der Wunsch oder Wille da, die Fakten zu nehmen und zu erklären und einzuordnen, sondern die nehmen sich die Fakten und haben eine bestimmte Deutung und diese Deutung soll einfach jetzt nach außen transportiert werden. Das überzeugen wollen hat man natürlich im klassischen Journalismus auch, aber dort wird sowas im Allgemeinen als Meinungsartikel gekennzeichnet. Während bei routinemäßig anstellenden Medien vermischen sich Fakten und Meinungen und es wird aber halt auch nicht klargestellt, was was ist. Also ich kann natürlich auch als Journalistin in einem Artikel sagen, oder ich kann dort noch meine Meinung mit einfließen lassen, wenn ich aber auch sage, das ist in diesem Moment meine Meinung. Also wenn ich das dem Leser vermittle, wenn ich das nachvollziehbar mache, dass es eben kein Fakt ist, sondern meine Deutung, meine Meinung. Dann wird halt auch, wie gesagt, ich kann da auch an der Sprache relativ gut unterscheiden, wen habe ich vor mir, weil die eine Seite halt immer mit Begriffen arbeitet, die überzeugen wollen und die auch keine Unsicherheit zulassen wollen und die andere Seite lässt halt Unsicherheit zu und lässt Spielräume zu. Eines der Probleme, das wir mit Journalismus in Deutschland haben, das ist, wir haben hier eine sehr, sehr einheitliche Schicht Journalisten. Das kommt dadurch, wie Journalisten ausgebildet werden, wer überhaupt Zugang zur Ausbildung hat, das im Prinzip erwartet wird, dass man, wenn man irgendwo mal eine Festanstellung bekommen möchte, das erwartet wird, dass man sehr, sehr viele Praktika und ja, für sehr, sehr viele Zeitungen sehr, sehr lange kostenlos arbeitet und das kann sich nur eine gewisse Schicht leisten, nämlich im Prinzip eine finanziell solide, abgesicherte Mittelschicht, die ihren Kindern dann ermöglicht, den Zugang zum Journalismus zu erhalten. Das können sich ja, Leute, Journalismus ist jetzt ja auch nicht so nichts, das man dann nebenbei betreiben kann, sondern das ist ein sehr anstrengender Beruf mit, in dem man sehr schnell sein muss und entsprechend auch sehr viel Energie verliert, den Tag über. Das heißt, sich die, das durch noch einen Nebenjob oder so zu finanzieren, ist eher utopisch. und von daher haben wir einfach nur eine Decke an Journalisten, die alle aus der finanziell sehr abgesicherten Mittelschicht kommen, die daher auch gar nicht die Perspektive kennen, wirtschaftlich, in wirtschaftlich prekären Verhältnissen zu leben, die, ja, nicht die Umstände kennen, behindert zu sein, die häufig keine Migrationserfahrung haben und die sehr, sehr selten gebrochene Biografien haben, sondern das ist meistens ein sehr glattes, glatter Durchmarsch von der Schule über die, über das Studium und über die verschiedenen Praktika bis hin in der Redaktion. Leider, dadurch, dass man als Journalist auch sehr viele Sachen kennenlernt, setzt da häufig so ein bisschen Hybris ein, dass man glaubt, man könne sich oder halt auch, es ist auch so ein bisschen die Mittelschicht Hybris, dass man ja, einfach die eigene Perspektive als die Norm ansieht und nach der alle streben sollen und der für alle einfach, ja, das ist das Normale und das ist das Richtige und das ist das Gute. Dadurch glauben sie leider dann häufig, dass ihre Urteile und auch Vorurteile, ja, das sind so, wie die Welt ist und zwischen der Fähigkeit tatsächlich Minderheiten Realität abbilden zu können und dem Selbstverständnis klafft er doch relativ vor, ich hätte ziemlich Glück. Gut, zwei Beispiele, die ich hier noch bringen wollte, die zum Anfang der Pandemie, zwei Beispiele, die ich hier noch bringen wollte, die vom Anfang der Pandemie stammen, die auch so ein bisschen die Gefahr einfach zeigen, wenn man glaubt, eine Information kommt aus einer sicheren Quelle und sie sich auch glaubhaft anhört, aber es dann nicht ist. relativ am Anfang der Pandemie gab es eine, es wurde über Social Media verteilt, eine Anweisung des Prince of Wales Hospital zum Umgang mit dem Virus, dort wurden Sachen erwähnt, bestimmte Artentechniken, dass man mitgurgeln soll und dann runterschlucken soll. Es war im Endeffekt eine Mischung aus Anweisungen, die teilweise Sinn ergaben, teilweise schwer zu erkennen keinen Sinn mehr gaben und dann aber bis hin zu Anleitungen reichten, die schon relativ gefährlich waren. Aber auch das immer noch für den Laien relativ schwer zu erkennen. Das sei angeblich eine Anleitung gewesen, die das Prince of Wales Hospital an ihre eigenen Mitarbeiter rausgegeben hat. War natürlich nicht so. Das Ganze, ich habe keine Ahnung aus welcher Quelle es im Endeffekt stammte, aber es war ein Konklamerat von irgendwelchen medizinisch klingenden Tipps. Warum das mal jemand zusammengestellt hat und ob das dann über die Zeit auch gewachsen ist, wie gesagt, keine Ahnung. Aber dadurch, dass es anscheinend aus einer seriösen Quelle stammte, eben von einem Krankenhaus, das es an seine Mitarbeiter rausgegeben hat, haben es viele erst mal geglaubt und auch Leute, von denen ich weiß, dass sie normalerweise sehr sorgfältig ihre Quellen prüfen, wurde es auch weitergegeben. noch etwas anderes, das wurde über WhatsApp als Voice-Nachricht durchgegeben und zwar hieß es am Anfang, dass Leute, die Ibuprofen mitgenommen haben, gefährdet sein sollen durch eine Infektion. Das war auch vollkommen an den Haaren herbeigezogen, aber auch dort ist das von Leuten weitergegeben worden, die, also ich habe es beispielsweise von einer Bekannten noch bekommen, die selbst Wissenschaftlerin ist und von der ich normalerweise auch ausgehe, dass sie ihre Quellen ordentlich prüft, aber auch dort sah das erst mal so glaubhaft aus, dass man halt schon zweimal und dreimal hinsehen musste, worauf passiert das? Ist das wirklich ein Ding? War es halt nicht im Endeffekt. Aber das sind halt so die Beispiele, was ich über Social Media und was ich über Leute bekomme, die Gutes wollen, die das Richtige tun wollen, aber leider halt nicht sich zu leicht davon dann überzeugen lassen, dass angeblich jemand mit Autorität dahinter steckt. YouTube ist ja auch so ein bisschen, die YouTube-Uni ist ja schon so zum stehenden Begriff geworden in dieser Pandemie. Auf YouTube findet man natürlich Sachen, die durchaus Hand und Fuß haben. Meiler beispielsweise, um nochmal eines zu nennen. Aber das Problem mit YouTube ist, YouTube fördert schlechte Informationen, fördert falsche Informationen, weil es für Creator dort sehr schwierig ist, ihre Videos zu monetarisieren inzwischen. Der Algorithmus fördert einfach Formate, die emotional sind und alles, was emotional ist, tendiert dazu, Dinge zu entstellen oder zu verzerren, um einfach auch ein gewisses Level an Emotionalität immer wieder aufbauen zu können. Das heißt, es reicht hier nicht, wenn man einmal emotional ist, sondern man muss immer wieder immer wieder Emotionalität um die Leute auch zu binden. Von daher, wer billig produziert, ist auf YouTube auf jeden Fall im Fall, wer viel wird, ist ein Vorteil und vor allem, wer halt einfach verdauliche Informationen präsentiert, den Algorithmen bevorteiligt. von daher hat YouTube auch sein eigenes Schicht an der Situation hervorgebracht, wer sich mal mit den Kanälen, die hauptsächlich Kote, Bastelrezepte etc. bieten, näher beschäftigen möchte. Da gibt es wirklich ganze Farmen, die sehr billig Kochrezepte aus einzelnen Schnipseln, die einmal gedreht werden und immer wieder Farbe benutzt werden, zusammenstellen und im Endeffekt sind das Tipps, auch häufig Live-Facts etc., die funktionieren gar nicht. Aber weil das alles so professionell gemacht aussieht und auch sehr unterhaltsam gemacht aussieht und es auch immer relativ kurze Videos sind, haben es unglaublich hohe Zuseherzahlen auch schon mal so ein Rezept gemacht und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, wenn ich mich dann auch mal näher damit beschäftigt hatte. Ja, es ist ein interessanter Geschäftsbereich, aber keiner, der irgendwie etwas sehr Positives zu unserer Welt beiträgt. Quelle. Okay, jetzt hatte ich viel dazu gesagt, woher, also welche Arten von Quellen wir hier schon mal haben und jetzt ist natürlich die Sache, beziehe ich generell meine Informationen aus einer Quelle, wenn ich meine Informationen aus einer Quelle beziehe, dann enge ich einfach meine Bandbreite an Erfahrungen, an Wissen, an Fakten auch sehr ein. Von daher auch ich, wenn ich überlege, was ich gerade gelesen habe, dann gehe ich erst mal dazu über diese Informationen, die mir da gerade untergekommen ist, die vielleicht ein bisschen schwer zu glauben ist, die glaubhaft sein könnte, aber vielleicht auch ein bisschen grenzwertig wirkt, da versuche ich dann noch eine Zweitquelle zu finden und zwar möglichst eine, die, wie gesagt, das ist von innen nach außen gezeigt, eine, die weiter innen sitzt, also weiter an der Quelle der Quelle dran sitzt. Aber wie gesagt, auch daran muss man vorsichtig sein, die Wahlung von Ibuprofen wurde halt auch von der WHO verbreitet. Manchmal sind Falschmeldungen einfach wirklich sehr, aber man schützt sich jedenfalls so ein bisschen dazu, davor, hier zuvor alle Schlüsse zu treffen, wenn man mehr als eine Quelle zu Rate zieht. Ja, dann gibt es natürlich die Organisationen, die sich einfach mal auf die Fahnen geschrieben haben, Desinformation zu bekämpfen. Das sind sehr häufig Privatleute, die sich zu Vereinen zusammengeschlossen haben, die im Allgemeinen keine politischen Ziele verfolgen, sondern halt außer natürlich es ist natürlich schon ein politisches Ziel, wenn ich einfach gesellschaftlich aktiv bin und einfach halt auch versuche, die Gesellschaft in einer positiven Weise zu beeinflussen, ist durchaus auch ein politisches Ziel, aber darüber hinaus nicht unbedingt ein parteipolitisches Ziel verfolgen. Viele davon finanzieren sich aus Spenden, beispielsweise bei Snopes ist das so, bei Mimikamas ist das der Fall, bei Benning Cat weiß jetzt gerade gar nicht, wie sie sich funktionieren. Andere sind an größere Medien angebunden, wie beispielsweise der Faktenfilm der Tagesschau oder der Faktenfuchs, der glaube ich zum Bayerischen Rundfunk gehört oder zum Mitteldeutschen Rundfunk, bin jetzt gerade nicht ganz sicher. oder Korrektiv, die halt auch Journalisten Kollektiv sind und sich durch regelmäßig Beiträge finanzieren. Auch gegen Faktenchecker wird relativ häufig in letzter Zeit geschossen, dort wird dann auch gerne versucht zu konstruieren, dass die von den dunklen Mächten finanziert werden in letzter Zeit RappiP. Natürlich sind auch Faktenchecker nicht unabhängig, natürlich sind auch sie nicht neutral. Von daher man muss auch Faktenchecker mal überprüfen und schauen. Das Schöne aber an Faktencheckern ist, dass sie im Allgemeinen ihre Quellen offenlegen und dass man halt auch hinterher das nacharbeiten kann und aber auch noch schauen kann, ob man selbst noch andere Quellen findet. Generell würde ich sagen, Faktenchecker sind durchaus vertrauenswürdig, vor allem, wenn man sich dann halt auch die Informationen von verschiedenen Faktencheckern zusammenzieht. Sie sind auf jeden Fall so ein Quick-Fix, wenn man versucht eine Information zu bewerten, ist da was dran, ist da nichts dran, kann man schon mal immer erst mal über den Faktencheckern schauen, haben die schon was dazu und dann von dort aus noch weitere Informationen einholen. Dann gibt es natürlich auch noch Medienbeobachtende Plattformen, wo man sich halt einfach ein bisschen informieren kann, was ist gerade so in den Medien, was geht vor sich, wo beispielsweise auch drüber gesprochen wird, was jetzt gerade bei Bild vor sich geht, wo einfach kritisch mit der Arbeit der Medien umgegangen wird und das ist halt auch eine seriöse und faktenorientierte Medienkritik. Es gibt dann ja auch aufdeckende Medienblogs, die halt in Wirklichkeit gar nicht viel aufdecken, sondern das, was andere aufdecken, dann aufbauschen. Aber dort wird einfach immer so ein bisschen ein kritischer Blick auf die eigene Branche geworfen und eigentlich würde ich mir wünschen, dass sich viele Medien da mal häufiger Rückmeldungen über die eigene Arbeit hören und vielleicht auch versuchen würden zu integrieren, was dort einfach als problematisch durchaus benannt wird. Passiert zu selten, also gerade in der Pandemie haben wir das sehr häufig gemerkt, wo es einfach wiederkehrende Probleme mit False Balance gab und da wünschte ich mir manchmal etwas mehr Einfluss der Medienbeobachtenden Plattformen. Ja, Quellen, selbst Quellen, die man als prinzipiell gute Quelle kennt, also eine Quelle, der man prinzipiell vertraut, auch die ist nicht weiß oder schwarz. Man kann weder sagen, dass alles, was von der Regierung kommt, glaubhaft ist oder 100% korrekt, noch, dass sie einen immer belügt, ebenso bei der Polizei. Man weiß beispielsweise, dass die Polizei sehr häufig die Teilnehmerzahlen bei Demonstrationen unterrechnet, aber ich würde dann doch durchaus auf die Angaben der Polizei vertrauen, wenn jetzt aktuell beispielsweise irgendeine Notlage herrscht, würde ich doch durchaus davon ausgehen, dass ich von der Polizei korrekte Informationen über diese Notlage bekomme. Ich muss mir halt einfach auch immer die Situation anschauen, in der die Quelle ist. Beispielsweise was relativ offensichtliche Lügen in den letzten Wochen waren, ist, niemand konnte die vierte Welle voraussehen. Jeder, der Wattekan, konnte die vierte Welle voraussehen und hat sie sich seit Juli aufbauen sehen. Und das war eine sehr offensichtliche Lüge, aber das ist natürlich auch eine Lüge, die in diesem Moment einfach kommt, weil man, weil sich Politiker gegen einfach die logischen Folgen aus ihrem Nichtstun heraus absichern wollen. Von daher müssen sie jetzt natürlich es so darstellen, als sie ganz überrascht davon geworden, was alle wussten. Aber es gibt natürlich auch einfach Informationen, da würde ich durchaus davon ausgehen, die sind so korrekt und kann man halt auch teilweise nachlesen in Parlamentsprotokollen. Dann auch wissenschaftliche Studien. Es ist ja Teil meiner Arbeit, mich mit wissenschaftlichen Studien zu beschäftigen, die nicht gut sind oder die tatsächlich eigentlich auch nur deswegen durchgeführt wurden, um mit Wissenschaft zu lügen. das gibt es, also das kann man auch nicht wegreden, Wissenschaft ist nicht unfehlbar und Wissenschaft wird auch bewusst einfach von Leuten missbraucht, die bestimmte Ziele verfolgen. Von daher muss ich natürlich auch gerade bei wissenschaftlichen Studien mir genauer anschauen, von wem wurde die durchgeführt, was sind die Voraussetzungen, wie ist das Studiendesign etc. Das geht dann aber schon zu weit, weil das eigentlich schon ein ganz eigener Satz von Abwägungen ist, die ich bei wissenschaftlichen Studien treffen muss. Dann auch Medien sind nicht immer wahr oder werbtungsfrei und Medien sind aber auch nicht die Lügenpresse, noch nicht die Reloatspresse. Dann Neutralität, wie gesagt, bin ich vorhin schon mal drauf eingegangen, gibt es nicht. Je stärker wir uns auch dessen bewusst sind, jeder für sich selbst auch nicht Journalisten, dass wir nicht neutral sein können, umso weniger werden wir quasi von unseren eigenen Vorurteilen gesteuert. Das heißt, sich einzugestehen, ja, ich habe diese Sichtweise, ich habe diese Perspektive und diese muss nicht die richtige sein. Auch wenn ich natürlich gerne an meinen eigenen Werden festhalten, weil ich sie für die beste und die richtige, aber mich dessen bewusst zu machen und mir auch immer wieder zu sagen, dass ich zumindest die andere Informationen mal abwägen muss, ist schon eine ganz gute Vorgehensweise, die ein nicht ein bisschen davor bewahrt, sich selbst im Weltmenschließen. Ja, dann Denkfehler, ich weiß nicht, die meisten haben wahrscheinlicherweise schon mal was von Biasers und Phallacies gehört, also das sind klassische Fehler, die häufig in der Diskussion auftauchen, um jetzt so einen zu nennen, das wäre die Texas Sharpshooter Phallacy beispielsweise, wo ich quasi aus einem Gewissen, die sehr häufig in verschwörungsmythischen Zusammenhängen kommt, selbst wenn sich ein Muster und überall in allen Daten bilden sich Muster, in allem, was wir schaffen, bilden sich ein Muster, manche zufällig, manche absichtlich, aber sehr oft halt einfach zufällig und wenn ich nicht zufällig als definiere, als das bewusst geschaffen wurde, dann falle ich diesen Texas Sharpshooter verlasse, die sagt, dass ein Texalshotgun schießt auf eine Wand und dort meistens Treffer klastern, da mal das an der Zielscheibe hin. Also ich habe das Muster existiert und dann versuche ich diesem Muster einen Sinn zu geben. Da wollte ich eigentlich noch mehr erzählen, aber das ist nicht fertig geworden. jedes Medium hat natürlich auch mal irgendwann Geschichte entweder in weiter ferner oder jüngerer Vergangenheit Punkte die nicht so richtig super waren. Beispielsweise die Affäre los, wo ein preiskröter Journalist Reportagen logieren konnte, die einfach zum Großen ausgedacht waren, wo die Quellen ausgedacht waren, wo er das ganze Narrativ sich überlegt hat, was will ich erzählen und dann hat er sich die Person über die berichtet und teilweise auch Sachen hält. Das macht natürlich die Arbeit eines Journalisten sehr viel einfacher und sicherer, weil sehr häufig ist es so, wenn man denkt, man will jetzt darüber schreiben, fängt man an zu recherchieren, stellt man auf einmal fest, dass die Grundannahme schon rangegangen ist, die stimmt gar nicht. Jetzt hat man das aber schon so seinem Redakteur vorgelegt und in dem Proposal, das man geschrieben hat, steht schon ein bestimmtes Narrativ. Dann hat man hinterher nämlich ein Problem, diese Änderung der Redaktion klar zu machen und dann halt auch häufig keine so glückliche Redaktion zu haben oder halt auch einfach den Auftrag zu verlieren und da macht es das natürlich sehr viel einfacher, wenn man hingeht, Israel zu Macht hat und man denkt sich erst relativ aus und dann schreibt man eine schöne Geschichte, was er im Prinzip gemacht hat, ist halt ja alles erzählen, aber halt kein Journalismus. Aber solche Zuverlässigkeiten kommen vor, aber die machen halt nicht ein komplettes Recht, ganz unglaublich. Erst wenn es wirklich wiederholt, erst wenn sich dann Muster abzeichnet, kann man das ganze Medium mal neu bewerten. Unsicherheit würde ich halt immer als Qualitätsmerkmal von einem Medium betrachten. wenn mir nicht versucht wird, etwas als endgültige Tatsache, als gerade wie gesagt jetzt in der Pandemie, in der Kontext des Pandemie, wenn mir nicht versucht wird, ein Medium zu sagen, so jetzt Ende des Sommers ist die Pandemie rum, ist das relativ besser. Also jemand, der mir wirklich verkaufen will, so das und das wird passieren, da würde ich schon mal einen Schritt Abstand nehmen. Nein, nee, ich bin mir sicher, das Medium, das mir Unsicherheiten kommuniziert, ist hier zuverlässiger, auch wenn ich in dem Moment vielleicht nicht die Information erhalte, die ich gerne hören möchte. Was aber halt auch wieder der Grund ist, warum viele Menschen lieber zu Medien greifen, die ihnen definitiv Aussagen bieten, weil dann haben sie natürlich die Sicherheit einfach, oder sie suchen nach Sicherheit in einer unsicheren Zeit, mit definitiven Versprechungen, mit definitiven Sagen bietet die erst mal, dann wird es irgendwann widerlegt, aber sehr häufig hat das dann noch nicht die Folge, dass man das Medium selbst als unzuverlässig definiert, wenn man weiterhin nach Verlässlichkeit, nach Versprechungen sucht, sondern das wird dann halt weggedrückt, ein ganz großes Alarmzeichen ist immer, wenn irgendwo mit gesundem Menschenverstand argumentiert wird, weil gesunder Menschenverstand ist gerade in bestimmten Situationen das schlechteste. Nichts am gesunden Menschenverstand eher exponentielles Wachstum. gesunder Menschenverstand ist häufig einfach eine Ausrede, eine Flosse, die den Status Quo als so ist es richtig definiert. So nach dem Motto, es ist gesunder Menschenverstand, dass Homosexualität nicht natürlich ist. So was bekommt man, so was hört man von Leuten, so was sagen wird. Und das hat aber überhaupt nichts mit gesunden Menschenverstand zu tun, sondern nur mit einem Status Quo, der bewahrt werden soll. So, dann was Medien haben, Organe der Selbstkontrolle, an die man sich auch wenden kann, wenn man sieht, dass Grundsätze missachtet werden und an die man sich auch wenden sollte, wenn man sieht, dass Grundsätze missachtet werden, weil diese Organe können eben nichts bewirken, wenn sie keine Kenntnis davon bekommen. wo Richtlinien übertreten wurden. Von daher kann ich wirklich nur dazu aufrufen, auch einfach Berichterstattung, die nicht okay ist, an den Rundfunkrat zu melden. Nur, der Presserat wurde gegründet, weil dort damals ist, also wir sehen heute immer, oder wir glauben heute immer, dass unsere Medienlandschaft sehr polarisiert ist. Das ist überhaupt nichts verglichen mit der Medienlandschaft der Vergangenheit, wo es ja auch noch teilweise Parteizeitungen gab, etc. und teilweise halt einfach auch Sachen berichtet wurden, die nicht korrekt waren. Deswegen wurde man angedacht, quasi die Presse zu regulieren und der Presserat hat sich quasi gegründet, dass das nicht passiert, sondern man hat sich erst selbst Selbstverständnis gegeben, hat sich den Pressekodex gegeben und eben den Presserat, der die Einhaltung des Pressekodex überwacht und entsprechend auch Medien rügt, die sich nicht daran halten und das hat dann damals quasi den Riegel vorgeschoben, dass dort von außen reguliert wurde. Nur der Presserat und auch der Rundfunkrat sind nur für die Medien zuständig, die dort, die in ihnen organisiert sind und das sind halt gerade viele alternative Medien nicht. Beispielsweise ein Reitschuster ist nicht im Presserat organisiert und wäre der Presserat wahrscheinlich mit nichts anderem mehr beschäftigt dort denen kann man zwar Sachen melden, habe ich auch schon mal gemacht, dort was eingereist, aber dann kommt halt ein Sorry zurück, die sind halt nicht bei uns organisiert, da haben wir keine Handhabe. Wir würden es besser finden, wenn es so wäre, aber ja, sorry. Okay, dann der ganze Komplex, woher kommt die Information dann? Die nächste Frage, was für eine Art von Information ist das? Da ist es ganz wichtig, ich kenne ich den Erkenntnisprozess. Ist da, ist transparent, wie die Erkenntnis gewonnen wurde? Ist transparent, wieso sie sich verändert hat? Sind Entscheidungsprozesse nachvollziehbar? Das ist beispielsweise etwas, das man, denke ich, unserer Politik sehr deutlich ankreiden kann, dass Entscheidungsprozesse nicht transparent gemacht werden und deswegen einfach auch nicht, Menschen nicht mitnehmen, Bürger nicht mitnehmen. dann auch sind diese Erkenntnisse auf einem Rahmen entstanden, in einem Rahmen entstanden, der definiert ist, der kontrolliert ist, der Kriterien hat, Grundsätze hat und auch, wie gesagt, wird wieder auf die Quellen verwiesen, also woher einfach kommen, wenn ich eine Information habe, woher hat diese Quelle wiederum ihre Information? Also kann ich quasi den ganzen Weg zurück zu verfolgen bis zum Ursprung? Also es ist ein Qualitätsmerkmal einer Information, wenn mitgeliefert wird, woher stammt sie? Aber beispielsweise in der Impfgegner-Szene ist das schon der Modus Operandi, dass die aktiveren Impfgegner, also wo man jetzt sagen würde, die sind halt schon so ein bisschen Köpfe mit Organisationen der Gruppierung, die jetzt ja keine feste Gruppierung in der Sektor oder so ist, aber halt ja, sagen wir es mal so, Influencer in diesem Bereich, die liefern sehr häufig, also die schreiben sehr häufig lange, sehr lange erschlagene Beiträge mit vielen Quellen. Und das ist dann genau das, was ihre Klientel sehen will. es klingt sachlich, es klingt wichtig und sie haben ja auch auf Quellen verwiesen, das heißt, es ist schon richtig wissenschaftlich gearbeitet, wie die haben. Ist es aber halt häufig nicht, weil wenn man sich diese Quellen, also wenn man wirklich sich mal vornimmt, was die geschrieben haben, wenn man diese Quellen überprüft, sagen diese Quellen nicht selten genau das Gegenteil von dem aus, was behauptet wird. Dort werden halt Quellen gesucht, die vom Titel in das Narrativ passen und weil man weiß, dass die eigene Klientel nie die Quellen überprüfen wird, ist es auch gar nicht so wichtig, was direkt in der Quelle drinsteht. Von daher, dass man nicht selbst in diese Falle reinläuft, wie quasi Impfgegner von den Impfgegner Influencern manipuliert werden, tut man ganz gut daran, hin und wieder doch mal zu schauen, wenn Quellen genannt werden, sind diese Quellen auch relevant und zutreffend. auch das war halt ein großes Thema in der Pandemie, dass wir häufig den Fall-Balance in den Medien auch hatten, dass dort ein Streeck in jeder Talkshow saß, da einfach eine komplett andere Deutungsart der Pandemie hatte als alle anderen und oder jetzt um von ihm wegzukommen, beispielsweise auch ein Bhakti, an dessen Beispiel mal das noch ein bisschen besser sieht. Bhakti wich von Beginn an vom wissenschaftlichen Konsens ab, hat alles total anders definiert und dann wurde ja behauptet, man lässt nur den wissenschaftlichen Diskurs nicht zu, wenn man jetzt sagt, das ist alles Blödsinn. Das ist aber halt Blödsinn, weil er hätte seine Thesen so lieben müssen. Hat er aber nicht. Das war, was von ihm da kam, waren sehr vage Sachen, auch von Bodak. Die schreiben zwar unfassbar viel, aber wenn man sich mal anschaut, wo da definitive Aussagen drin sind oder zuverlässige Sachen drinstehen, das ist alles immer sehr vage, sehr sehr viel davon liest sich einfach ein bisschen wie Tech Bubble bei Star Trek. Es soll gut klingen, aber es hat relativ wenig Nährwerte. Und das ist auch was jetzt hier mit Handwaving, also so vage Aussagen, das und das wird schon so und so sein. Das zeigt eigentlich, dass da Schwätzer am Werk sind und dass dort kein wissenschaftlicher Diskurs stattfindet, weil eine Seite arbeitet wissenschaftlich, die andere Seite versucht wissenschaftlich zu klingen, aber eigentlich sind ihre Behauptungen nicht begründet und nicht belegt. Das ist für den Laien oft nicht leicht zu erkennen, aber wenn ich beispielsweise mich hingesetzt habe und den Podcast von Trosten gehört habe, konnte ich fast immer alles verfolgen, hat es immer so für den Laien untergebrochen, dass es nachvollziehbar war und verständlich wurde. Und man quasi das auch noch mit dem Grundwissen an Virologie, das man vielleicht noch aus der Schule hat, abgleichen konnte und wusste, das ist okay. Aber je komplexer es klingt, je weniger Mühe sich gegeben wird, je mehr Mühe sich eigentlich gegeben wird, dieses klare Nachvollziehbare zu einem unklaren und schwierig hochtrabend klingen werden zu lassen, dann kann man eigentlich immer schon ein bisschen davon ausgehen, ich soll hier in die Irre geleitet werden. Also hier versucht jemand einfach, es aussehen zu lassen, als es ist. wie gesagt, Star Trek Tech Tech Bubble, wenn ich den Eindruck habe, dass mir gegen jemand dieses Tech Bubble präsentiert, dann habe ich sehr häufig einfach mit einem Scharlatan zu tun, weil das ist einfach eine Taktik, um das Gegenüber mit Sachen zu überschwemmen, die toll klingen und so, aber auch deren kritisches Denken auszuschalten. False Balance, wie gesagt, hatte ich schon mehrfach erwähnt, ist ein riesiges Problem gewesen in dieser Pandemie, ist auch weiterhin ein Problem. Wenn ich zwei Seiten als gleichwertig hinstelle, die es nicht sind, beispielsweise es erzählt mir eine Sandra Zizek etwas über Impfstoffe und hinterher erzählt mir etwas, erzählt mir Tante Erna aus der 3A, dass zwei ihrer Freundinnen nach der Impfung ein zweiter Kopf gewachsen ist. Dann, wenn ich das in der Berichterstattung nebeneinander präsentiere, dann habe ich einfach zwei Positionen, die sind nicht gleichwertig. Und da muss ich mich dann, also wenn ich Informationen bewerte, muss ich mich einfach hinsetzen. Ist das, was der Lungenarzt sagt, jetzt wirklich maßgeblicher als das, was der Virologe sagt, wenn wir hier über eine Frage reden, die eine virologische Frage ist. In dem Moment, wo jetzt etwas aber in den Bereich des Lungenarztes fallen würde, beispielsweise über die tägliche Behandlung von Menschen mit einer bestimmten Lungenerkrankung, dann daneben den Virologen zu stellen, der hat mir was über die tägliche Behandlung einer Lungenerkrankung zählt, ist das halt auch wieder Vollsbalance. Also ich muss immer schauen, die Person, die etwas sagt, welche Rolle hat diese Person und wird diese Rolle einfach dem, was sie sagt, worüber sie etwas sagt, gerecht? Ja, Framing. Auch das ein ziemlich großes Problem in der Pandemie gewesen und ist weiterhin ein Framing, das sehr häufig sehr unbewusst denke ich, von vielen Journalisten gemacht wird und zwar wirklich fast täglich, ist das Berichterstattung darüber, wie bestimmte Branchen unter den Maßnahmen leiden. Die Branchen leiden nicht unter den Maßnahmen, die Branchen leiden unter der Pandemie. Aber durch dieses beständige Framing Gastwirt sowieso und wir unter den Maßnahmen leidet. Gastwirt sowieso und wir dadurch belastet wird, dass er 2G durchsitzen muss. Weihnachts Standbesitzer sowieso, der jetzt alles einpacken muss, nachdem er gerade alles ausgepackt hatte und wie vernichtet sein Geschäft darüber jetzt ist. Das sind alles Schicksale, die natürlich über die berichtet werden sollte, über die berichtet werden muss. Aber dieses Framing, es ist durch die Maßnahmen und erst durch die Maßnahmen und nicht durch die Pandemie, dass überhaupt kaum mal der Blick darauf geworfen wird, was würde überhaupt passieren, würden wir das laufen lassen. Das ist ein Framing, der seit Beginn der Pandemie quasi in Querdenker Narrative spielt. Ja, vor Pandemie auch, wenn mal den Bahnstreik ansteht, dann schwärmen die Journalisten aus und interviewen Leute, die morgens nicht zur Arbeit kommen. Aber was sehr selten einfach berichtet wird, sind die Gründe für den Bahnstreik. zum Abschluss noch eine Handlungsempfehlung. Wie gesagt, Information bewerten kann natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und deswegen tun es so wenige Leute. Aber man kann sich ein bisschen Unterstützung suchen, indem man einfach sich selbst im Freundeskreis, im Bekanntenkreis da gegenseitig ein bisschen unterstützt. Das heißt, sich mit Leuten zusammentun, denen man vertraut und dass jeder mal ein bisschen was hinterher überprüft. Stimmt das überhaupt? Sodass man die Lasten ein bisschen verteilt. Aber wichtig wäre dabei, dass man einen gewissen gemeinsamen Standard hat, dass man sich auf gemeinsame Kriterien einigt, dass man einfach die Wortfindungsstörungen teilt. Aber halt auch dort kritisch bleiben und sich auch mal durchaus darauf hinweisen, wenn jemand was durchgerutscht ist. Dadurch wird man halt auch besser. Dann zu einfache Erklärungen sind immer ein Wahnsinn klar. Die wollen uns einsperren, um uns zu kontrollieren. Das ist keine gute Erklärung für die ganzen Pandemie-Maßnahmen. Viel logischer wäre es, wenn wir tatsächlich eine Pandemie hätten. Das würde die Maßnahmen viel besser erklären. Auch Ärzte impfen, nur weil sie in der Tasche der Pharmaindustrie stecken. Ohne Impfung hätten Ärzte wahrscheinlich viel mehr zu rufen. Die glauben ja nur, was die Mainstream- Medien sagen und informieren sich nicht. Kommt halt häufig so als Vorwurf, weil es natürlich dann auch gar keinen anderen Grund geben darf, anderer Meinung zu sein. Wenn die Erklärung zu konstruiert ist, wie beispielsweise Trosten hat die Pandemie erfunden, weil er testreich werden will, natürlich, nur weil ich einen Test verkaufen will, würde ich auf jeden Fall auch eine weltweite Verschwörung planen. Ziele muss man haben. und dann halt einfach sich ein bisschen darin üben, es zur Gewohnheit werden zu lassen, Informationen zu bewerten und einfach, wenn man eine Nachricht erhält, einfach mal eine zweite Quelle googeln und das einfach so zum Ritual werden zu lassen, bis es die zweite Natur geworden ist. Wie gesagt, ich hatte es vorhin schon erwähnt, Propaganda aus früheren Jahrhunderten zu lesen, ist ein prima Training, weil, wie gesagt, es gibt auch in dem Bereich wirklich nichts Neues, gewisse Muster gehen immer wieder, gewisse Tricks gehen immer wieder. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ich habe noch Links sowohl zu den Slides als auch zu einer Checkliste, wo ich mal noch die Kriterien, die man sich nehmen kann, um einfach mal zu schauen, ist dieses Medium zuverlässig, ist diese Information zuverlässig, wo man so durchgehen kann und abgleichen kann gegen verschiedene Kriterien und das findet ihr dann sicherlich auch auf der Seite zum Talk verlinkt. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die Fragerunde. Ja, vielen Dank, Mela, für diesen sehr interessanten Vortrag. Jetzt geht es weiter zu Q&A in BigBlueButton. Dort werden Fragen aus den sozialen Medien beantwortet und ihr könnt dort auch noch Fragen stellen. Wir finden uns gleich in events.hexen.org slash awesome unterstrich ada punkt html Bis gleich! Bis gleich!